Home for Love von Josie Charles Inhalt Janes Neustart in seiner Heimatstadt Grand Heaven könnte nicht schlechter beginnen. Gleich an seinem ersten Abend verirrt sich eine Katze auf sein Grundstück und demoliert den Lack seines geliebten Autos. Als die Besitzerin bei ihm klingelt, traut er seinen Augen kaum. Mylene Allen, die schönste Frau des Ortes, und seine frühere Jugendliebe fordert ihr Haustier zurück und wirkt alles andere als erfreut über das Wiedersehen. Sie hat sich seit der Highschool kaum verändert, und obwohl Shane nicht an Schicksal glaubt, ist er sich sicher, dass ihr Auftauchen etwas zu bedeuten hat. Mylene hasst Lügner, Angeber, und Shane Weston. Vor allem Letzteren wollte sie nie wiedersehen, seit er ihr auf der Highschool das Herz gebrochen hat. Blöd nur, dass sich ihre Katze ausgerechnet in den Garten des ehemaligen Herzensbrechers geschlichen, und dort randaliert hat. Shane, der neuer Nachbar ist und eine protzige Stadtvilla bewohnt, scheint sich allerdings verändert zu haben. Er wirkt reifer und nimmt das Leben ernster. Zumindest glaubt May das, bis er ihr als Wiedergutmachung für das beschädigte Auto ein Date vorschlägt. Prolog, Grand Heaven, Michigan, September, Mylene Ich versehe den karierten Pappbecher voll dampfendem Kaffee mit einem Deckel und schiebe ihn über die Theke des Cake with a Few, dessen 50er Jahre Einrichtung in das Licht der untergehenden Sonne getaucht ist. Behalte das Wechselgeld, May, und sag mir stattdessen lieber, wenn du endlich mit mir ausgehst, scherzt Micky vom Souvenirshop, der sich gleich neben dem Café meiner Eltern an der Seepromenade befindet. Er ist ungefähr so alt wie ich, trägt Shorts und ein blaues Shirt mit dem verwaschenen Logo einer Band darauf, die ich nicht kenne. Dafür kenne ich ihn, und zwar seit wir als kleine Kinder am Lake Michigan zusammen im Sand gespielt hatten. Das Letzte, was mir in den Sinn kommt, wenn ich Micky sehe, ist ein Date mit ihm. Ich wette, sobald ich mit dir ausgehe, kommst du nicht mehr so oft her, um Kaffee zu kaufen, erwidere ich mit einem Schmunzeln. Soll das ein Scherz sein? Denkst du etwa, ich komme nur her, um dich rumzukriegen? In Mickys Augen, die unter seinen halblangen Locken kaum zu sehen sind, blitzt es schämisch auf. Natürlich komme ich auch wegen des großartigen Cafés. Das will ich doch hoffen. Ich stecke das Wechselgeld in die Trinkgeldkasse, die auf dem Tresen steht. Danke, Micky. Er tippt sich an den Hut, den er nicht trägt, hebt seinen Becher, wie um mit mir anzustoßen, und verlässt dann das Café. Nun ist es leer hier drin, was in der letzten Zeit selten vorkommt. Das Cake with the View, das meine Eltern seit fast 30 Jahren betreiben, befindet sich direkt am Strand und hat somit die perfekte Lage, um Touristen anzulocken. In den Sommermonaten sind vor allem die Außenplätze begehrt, doch je kühler es wird, desto mehr Leute dränge nach innen, wo wir im Herbst Kürbiskuchen und im Winter heißen Punsch anbieten. Ich mag es, wenn der Herbst die Blätter der Roteichen und der Zuckerahorne bunt verfärbt und wenn im Winter Schnee und Eis die Stadt wie mit Glasur und Puderzucker bedecken. Meine liebste Jahreszeit ist und bleibt allerdings der Sommer, und so nutze ich den Moment, in dem kein Gast bedient werden muss, um hinter dem Tresen hervorzutreten. Vorbei an der duftenden Kuchenauslage und bis an die offene Tür, durch die der Abendwind zu mir hereindringt. Er fährt in mein langes, dunkelbraunes Haar, hinterlässt eine angenehme Kühle in meinem Nacken und lässt meine Ohrringe klimpern. Über dem Lake Michigan, der so riesig ist, dass er eher wie das Meer und nicht wie ein See aussieht, ist die Sonne zu einem leuchtenden Feuerball geworden. Toller Abend, sagt Greg Griffin, der Gast im Außenbereich. Er ist der Metzger von Grand Heaven und kommt jeden Abend her, um ein Stück Kuchen zu essen und sorgt dem Hund meiner Eltern einen saftigen Knochen zu bringen. Ja, erwidere ich und genieße die letzten Sonnenstrahlen auf meiner Haut. Ist alles in Ordnung, Mr. Griffin, oder möchten Sie noch Kaffee? Noch mehr in Ordnung könnte es nur sein, wenn sich die schönste Frau der Stadt zu mir setzt, Miss Ellen, erwidert er, und sein Tonfall verrät mir, dass er mich damit meint. Dann will ich mal sehen, ob ich sie für sie auftreiben kann, erwidere ich im Scherz, bevor ich mich von meinem Platz löse, um nach Sordy zu sehen. Griffins Lachen folgt mir wie das Keckern eines Waschbären auf Futterjagd, während ich mich hinter das Rostrot gestrichene Häuschen begebe, in dem das Café sich befindet. Dort, auf dem kleinen Hinterhof, wo Mom Minze und Zitronenmelisse für unsere Tees anbaut, hält sich Sordy gern auf, wenn er nicht gerade zwischen den Touristen an der Promenade herumpinselt und sich Streicheleinheiten abholt. Na, mein Süßer, sage ich schon, während ich um die Ecke biege, dann jedoch bleibe ich erstaunt stehen, als ich erkenne, dass Sordy nicht allein ist. Er liegt auf seiner braunkarierten Hundedecke und gaut, wie erwartet, die Fleischreste von dem Knochen, den Mr. Griffin ihm gebracht hat. Direkt neben ihm, dicht an seinem Fell gepresst, hockt ein kleines Kätzchen, dessen schmaler Körper irgendwie noch nicht ganz zu den großen Ohren und Pfötchen passen will. Normalerweise teilt Sordy sein Essen nicht, aber die kleine Katze scheint sein gefräßiges Hundeherz erweicht zu haben. Mit ihrer winzigen rosa Zunge schlägt sie das andere Ende des Knochens ab, was Sordy nicht mindestens zu stören scheint. Im Gegenteil, als ich mich nähere, wirft er mir sogar einen argwöhnischen Blick zu, als hätte er den Kätzchen gegenüber einen Beschützerinstinkt entwickelt. Schon gut, bin nur ich, sage ich leise und erkenne aus der Nähe, dass die Katze wirklich noch ein Junges ist. Ihr Fell ist flauschig, aber verschmutzt. Ganz offensichtlich ist sie ein Streuner. Ich gehe neben mir in die Hocke und beobachte, wie sie von dem Knochen zu fressen versucht. Auf diese Weise wird sie nicht überleben können. Sie braucht etwas Vernünftiges, vielleicht sogar noch Milch. Was meinst du, meine Kleine, möchtest du mit zu mir kommen, frage ich und strecke vorsichtig die Hände nach der Katze aus. Schon bevor ich sie berühre, kann ich auf meiner Haut die Wärme ihres kleinen pelzigen Körpers spüren. Sordy gibt ein Grummen von sich, fast als ob er sagen wollte, dass ich vorsichtig mit seiner neuen Freundin sein soll. Keine Sorge, Sord, sage ich leise und dann greife ich nach dem Kätzchen und hebe es auf meinem Arm, was ihr ein herzzerreißendes, leises Mountain entlockt. Schon gut. Ich bring dich in ein neues Zuhause, lasse ich sie wissen. In dem Moment ahne ich noch nicht, dass diese kleine Katze schon bald mein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Ich stehe vor dem Badezimmerspiegel und klatsche mir Rasierwasser auf die Wange. Dann betrachte ich mich zum letzten Mal, bevor gleich die Feier zu meinem 30. Geburtstag startet. Es ist ein bedeutender Geburtstag und das nicht nur, weil er rund ist. Danach wird sich mein ganzes Leben ändern. Doch bevor ich ernsthaft anfangen kann, an die Zukunft zu denken oder auf die Vergangenheit zurückzublinken, kommt glücklicherweise Sindaya zu mir ins Bad. Die schwarzhaarige Schönheit, die seit ein paar Tagen an meiner Seite ist, befindet sich bereits voll im Feuermodus. Ihr schlanker Körper steckt in einem silbernen Glitzerfummel, ihre Lippen leuchten pink und ihre Cappuccino-farbene Haut riecht nach den Tequila-Shots, die wir uns vorhin schon gegönnt haben. Na, sagt sie provokativ und setzt sich vor mir auf den Waschtisch. Na, erwidere ich, packe ihre Schenke und ziehe sie ruckartig ein Stück zu mir, was sie zu einem leisen Aufschrei bringt, als sie kurz glaubt, ich würde sie vom Tisch zerren. Shane, muss das sein? lacht sie und vergräbt ihre Hände in meinen frisch gestylten Haaren. Muss das etwa sein? Hm? Ich beuge mich vor und knabber an ihren Hals, der nach Citrus und Alkohol schmeckt. Hör auf, hör auf! fordert sie, was halb wie ein Greischen, halb wie ein Keuchen klingt. Wir können jetzt nicht so anfangen, die Gäste sind gleich da. Yo, Shane! ruft wie auf ein Stichwort hin Derek aus dem Wohnzimmer. Es ist recht so, kommst du mal gucken? Nach der Party bist du fällig. Raune ich Sendaya zu und drücke einen Kuss auf ihr pralles Dekoté. Dann lasse ich sie ihren Bad zurück und betrete den Wohnbereich des Apartments, der innerhalb der letzten Stunde zu einem Nachtclub umgewandelt worden ist. Die Möbel wurden zur Seite geschoben, Spots und sogar eine waschechte Disco-Kugel an der Decke angebracht. Pulte und Stangen wurden verschraubt, denn ich habe ein paar Go-Go-Girls bestellt, wenn dann richtig oder nicht. Links von mir steht das DJ-Pult, rechts ist die Fensterfront und mir gegenüber befindet sich das Buffet. Überall dazwischen werden meine 50 geladenen Gäste gleich ausrasten. Es ist so in Ordnung, Tanzbereich groß genug, fragt Derek, der DJ, den ich kurz nach meiner Ankunft in Chicago in einem Club kennengelernt habe, erneut. Es ist perfekt, lasse ich ihn wissen. Trete ans Buffet und nehme mir einen der vorbereiteten Drinks, bevor ich mit dem Glas in der Hand an die Panoramascheibe trete. Unter mir liegt die Stadt, die seit inzwischen zwei Wochen mein Wohnsitz ist. Das Apartment habe ich möbliert gemietet, so wie ich es immer tue, wenn ich nicht gerade in einem Hotel wohne. Vor Chicago war ich in St. Louis und Dallas, davor eine Weile unten in Mexiko und davor wiederum habe ich mir fast ein halbes Jahr lang auf den Bahamas die Zeit vertrieben. Die Welt ist groß, wenn man Kohle hat, man kann überall hin, man kann alles erleben und ich habe viel erlebt, seit ich vor inzwischen zwölf Jahren meiner Heimatstadt den Rücken gekehrt habe. Ich nehme einen Schluck von meinem Drink, der so ähnlich schmeckt, wie es in Dias haut, und blicke raus auf den Lake Michigan, den ich hinter den Wolkenkratzen der City gut erkennen kann. Es ist Februar und so wird der Himmel, als auch das Wasser wirken weiß und spiegelglatt, wie eine noch unbenutzte Leinwand. Während ich das Glas absetze, lasse ich meinen Blick ein Stück nach links wandern. Dort, auf der anderen Seite des Sees, befindet sich Grand Haven, die Stadt, aus der ich nicht nur komme, sondern in die ich auch bald schon zurückkehren werde. Lieber würde ich nicht, doch ich habe keine Wahl. Ich verfolge einen Plan, der keinen Aufschub duldet. Kein durch die Welt Jetten mehr, keine Bikini-Schönheiten und Cocktails aus Kokosnüssen und spontane Ausflüge in die Berge und durchgetanzte Après-Ski-Nächte mehr. Stattdessen ist die Zeit des Davonlaufens nun vorbei. Wobei, nicht ganz. Heute Nacht wird nochmal gefeiert, das habe ich mir fest vorgenommen. Und so überzieht ein zufriedenes Lächeln meine Lippen, als sich wenig später die Aufzugtüren meines Penthauses öffnen und Zendaya die ersten Gäste reinlässt. Derek startet die Musik, Bässe dröhnen durch das Wohnzimmer, der weiße Himmel wird grau, der Tag geht und die Nacht beginnt. Ich stürze mich in die Menge, bereit zu trinken, zu feiern und zu vögeln, bis der Morgen anbricht. Und mit ihm mein neues Leben. Kapitel 1 Grand Heaven, Michigan, zwei Monate später, April, Meilin Es ist ein lauer Frühlingsabend und ich schlendere die Lake Avenue entlang nach Hause. Möwen kreisen über mir und das leise Plätschern des Wassers begleitet mich. Mein Weg führt mich vom Strandcafé meiner Eltern über ein kurzes Stück Sand und dann zwischen Dünen hindurch geradewegs in die Lover's Lane, in der sich mein Zuhause befindet. Auch wenn die Strecke kurz ist, kommt es mir vor, als würde ich eine Ewigkeit brauchen. Es ist einer dieser Tage, an denen ich im Café richtig viel zu tun war. Nicht nur Touristen, sondern auch die Einheimischen wollten es sich nicht entgehen lassen, den ersten sonnigen Tag am Strand mit einem kühlen Getränk und einem frischen Stück Apfelkuchen zu genießen. Die Tische waren voll besetzt und einige Gäste standen sogar Schlange. Entsprechend K.O. bin ich jetzt allerdings auch und freue mich darauf, auf meiner kleinen Terrasse die Füße hochzulegen. Weit ist es nicht mehr. Ich kann bereits die weiß getünchte Strandvilla sehen, die sich an der Abzweigung zwischen den Highland Drive und meinem Häuschen in der Lover's Lane befindet. Sie stand jahrelang leer, weil sich niemand aus dem Ort das große Grundstück mit Blick auf den Lake Michigan leisten konnte. Seit einiger Zeit brennt jedoch öfters Licht im Haus und ich habe Arbeite ein- und ausgehen sehen. Heute befindet sich jedoch kein Baufahrzeug mehr vor der Villa, sondern ein Umzugswagen. Offenbar bekomme ich neue Nachbarn. Zuerst bin ich versucht, den kleinen Umweg über den Highland Drive zu gehen, aber meine Füße bringen mich fast um und sowieso habe ich aus dem Schlafzimmerfenster einen besseren Blick auf das Grundstück. Also biege ich in die Lover's Lane ab, steuere meine hellblau gestrichene Haustür an und werde beim Eintreten von Bones begrüßt. Die Namen habe ich meiner steingrauen Tigerkatze noch an dem Tag gegeben, als ich sie letzten September bei Salty und seinem Knochen gefunden habe. Sie streicht um meine Beine und gibt dieses tiefe Schnurren von sich, das ich so liebe. Ja, ich bin wieder da, flüstere ich und streichele ihr über den seidigen Kopf. Bones drückt von unten gegen meine Finger und schnurrt noch lauter. Wie wäre es mit einem schönen Abendessen, frage ich und deute in Richtung Küche. Sofort flitzt Bones los. Die Worte Abendessen, Futter und Leckerchen setzeln ihr immer eine ungeahnte Energie frei. Warte auf mich. Ich ziehe meine Schuhe aus und folge Bones in die Küche, wo ich eine Dose Fisch aufreiße, den Inhalt in einen Napf fülle und ihr das Futter auf den Boden stelle. Zundang presst Bones ihr Köpfchen gegen meine Stirn. Ich lasse meine Hand über ihren Nacken und ihren Rücken gleiten, ehe ich aufstehe. Lass es dir schmecken, sage ich und gehe in die ausgetretene Treppe hinauf, angetrieben von der Neugierde auf meine neuen Nachbarn. Im Schlafzimmer riecht es warm nach Sonne und Holz und als ich das Fenster öffne, strömt der algige Geruch des nahen Wassers herein. Ich nehme ein paar tiefe Züge, ehe ich mich aus dem Fenster beuge, um zur Highland Drive Strandvilla zu sehen. Im Haus brennt Licht, obwohl es draußen noch hell ist, aber ich kann keine Menschenseele entdecken. Vielleicht ein Maunzen reißt mich aus meinen Gedanken. Bones ist neben mir aufs Fensterbrett gesprungen, wie sie es öfter tut, doch diesmal hat etwas ihre Aufmerksamkeit erregt. Ein Vogel, der auf dem Verandadach unter dem Schlafzimmerfenster sitzt und aufgeregt piepst. Bones setzt zum Sprung an. Bones, nein, ich versuche sie noch zu packen, aber es ist zu spät. Bones ist bereits auf dem Dach gelandet, das Vögelchen flattert schimpfend davon, während Bones ihm nachjagt. Bones, meine Katze hört mich nicht oder will mich nicht hören. Sie springt vom Dach und jagt wie der Blitz hinter dem Vogel her, der in der Nachbarshecke verschwunden ist. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Bones war, seitdem ich sie gefunden habe, noch nie draußen. Nicht mal meine Veranda ist ihr Geheuer. Wo will sie denn jetzt hin? Schnell laufe ich die Treppe hinunter, vergessen sind der Muskelkater und die Schmerzen in Füße. Ich schlüpfe meine Turnschuhe, schnappe mir meine Schlüssel und renne das kurze Stück bis zur Strandvilla. Gerade noch kann ich den Umzugswagen, die Straße hinunterfahren sehen und mir schießt der Gedanke in den Kopf, was ist, wenn Bones auf die Ladefläche gesprungen ist.